Deswegen verstehe ich nicht, also Kabel Deutschland erweitert ja auf 200 down und 12 ab, aber nicht in München. Very very strange my friends. Nichts besonders, sagt der kleine Gäcksel. 50k, aber mein WLAN war kurz weg. Achso. Es geht hier um WLAN. Also schaust du vom Handy zu? Schaust du vom Handy zu? Ich glaube, ich verstehe ich. AFK in Wirklichkeit liegt mein Kopf auf der Tassatur. Ja. Scheiße nicht. Sagt, gebt ihr doch mal so eine allgemeine Bewertung aus von dem Spiel. Ihr seht ja, was ich hier mache. Hinterherlaufen, dumm rumlaufen. Da brauchst du keine Angst haben. Ey, gehört ganz dir allein. Du meine Güte. Ich bin jetzt nicht wirklich zu verkaufen. Steht zwar zum Angebot da, aber ich weiß ja nicht. Ob Sofortkauf auch aktiv ist oder nur Gebote angenommen werden. Weiß ich nicht. Jetzt nicht mehr. Liegt jetzt in meinem Laptop im Bett. Langkabel. Ja, Laptop. Nice. Ja, Laptop ist auch größer als Handy. Das Spiel ist nett für zwischendurch, aber langzeit Spaß bietet es nicht. Hey, Voltway. Wieso wiederholst du dich? Warte, den Text hast du doch schon mal geschrieben. Was sagt dir mein Protokoll hier? Voltway. Das ist auch mega logisch. Von Flux und Durchbringung ohne Schaden zu nehmen. Klar, ich bin ja Power-Maschine hier. Terminator. Kein Wau. Genau, 4 Uhr, 2 Uhr und 0 Sekunden. Das Game ist ganz gut dafür zwischendurch, aber auch nicht länger. Naja, hast du 4 oder 2 schon mal... Also, Mensch, Voltway, also hier schon immer den gleichen Schmarrn als jetzt zu mir. Naja, schön. Reload Speed. Also, ich finde immer gut, dass wir das mit dieser Sprunghöhe so am besten hier. Lieber Kex, der hat ein dickes Kabel, glaube ich. What the fuck, man. Kann man dich eigentlich bei Steam adden? Am liebsten ist es mir, wenn du in die Gruppe reinkommst. Da mit dem Steam adden Freundschaft, die Liste füllt sich und füllt sich und ist bald voll. Und ich nehme dann die Person auf, mit der ich halt dann gerade spiele. Sonst ist die voll und dann muss ich ihn wieder löschen, löschen, löschen. So auch immer blöd. Deswegen möchte ich da keinen bevorteilen, auch keinen benachteiligen. Einfach in die Gruppe rein und wenn wir dann was zusammen spielen können, oder wenn du jetzt da mitspielen möchtest oder kannst oder willst oder so, kann ich dich aufnehmen und danach können wir spielen. Habt den i7 Quadcore. i7. 4, 2, 3, 2, 1, 8, wo du einen Spielen musst legen. Habt ich keine Gange. Ja. Ja gut, ist ja wirklich hier. Aber mich nimmst du doch ins Team an, oder? Also, zu Frauen sage ich natürlich immer ja. Falls du eine Frau bist, das weiß ich ja nicht. Zumindest sagtest du dein Name. Und dieses Kapper dahinter, ich weiß ja nicht hier. Aber sehe ich ja doch. Bei Fangirls mag ich doch eine Ausnahme. Wie ich immer so sage. Ich behandle jeden Viewer gleich, nur bei Frauen mag ich Ausnahmen. Ich möchte es ja nicht vergraulen. Genau, im Internet gibt es keine Frauen. Stimmt, ich hatte eigentlich gefragt, aber du hattest mir ja schon gesagt. Und jetzt musst du es immer noch mal aufs Auge drücken. Du Kraken-Anhänger. Ich weiß nicht, wie du Kappa machst, wenn du weißt, wie du Kappa machst. What the heck? Switching, Switching, weh, weh. Da wird es nicht so doof, es sei dann einfach auf mich zugelaufen kommen, wenn die Mine vor mir ist. Vielleicht doch, mal testen hier. So schnelles Mett ist mir eigentlich lieber, als dieses ewige hinterherlaufen. Entweder am Anfang hier schnappen oder gar nichts. Jetzt läuft es wieder weg. Hinterher, jetzt nicht inkommen lassen, Jungs. Auf geht's, hinterher dem scheiß Vieh hier. Jawohl, das ist ein schönes Spiel. Schnell und gut ist hier. Wollte mich eigentlich auch erst Sophie nennen. Oder Sophie. Kappa. Und tu, okay, ist klar bei dir. So, hier fällt mir das. Nicht dieses hin und her gegimpelt, dieses rumgelände, 20.000 Kilometer. Schnell hin, Action, gut ist hier, passt hier. Sonst ist es ja wie bei einer Busfahrt, ich stelle auf den Bus warten, der nicht kommt hier. Dieses blöde hinterherlaufen, so ein komischer Monster. Sophie ist geil. Okay. Kenn ich nicht. Ich schau mir nur coole Computerspiele an hier. Doch nicht so was anderes. Ja, jetzt hat Fulvius für sich Kappa entdeckt. Das ist ja was cooles. Ich weiß, wie ein Kappa geht. GZ. Sophie, oh, kennst du nicht? Also vom Namen her nicht. Ich merke mir Schwernamen, muss ich sagen. Ich merke mir Schwernamen. Also ich bin ja schon ein alter Sack, von daher ist mein Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis schon beschädigt. Destroyed. Nicht zerstört, sondern beschädigt hier. Damage. Immer so eine Blamage mit der Damage. Ich will ein Gags-Emote. Das geht noch nicht, liebe Sarah. Dazu bin ich noch viel zu unwichtig und uninteressant auf TadavichTV. Gags, ich bin müde. Willkommen im Club, Senja. Aber hey, du kannst mich doch nicht im Stich lassen. Wir müssen hier rushen und... Was machen wir eigentlich? Achso, wir jagen Monster. Stimmt hier. Ist das nicht der Hamilton? Nee, oder? Base God, ne? Mensch, Senja. Was ist los mit dir? Uh, sometimes. Also ich hoffe, dass die Ladezeiten im Full-Spiel auch drin bleiben, weil in der Zeit kann man schön quatschen, kann man ein bisschen Blödsinn machen und so weiter. Kannst du mal das Monster spielen? Habe ich vorhin gemacht, ja. Habe ich einmal verloren, einmal gewonnen. War ganz krass, musste mit einem Monster rumlaufen. Ich habe es ja ausgewählt. Wenn der Assault-Typ nicht zur Verfügung steht, werde ich das Monster dann. Aber solange es noch ein anderer ist, werde ich das nicht. Fehlen die Satz, die uns erst mal den Scraver-Knopf anbringen. Erst mal hin klatschen hier. Also für den Gäxte Gäxte. Hier, äh, hier ist aber... Ich habe kein... Doch, vorhin hat doch... Hat doch... Hat doch Dings da... Weiß nicht, Desvi oder sowas hat doch einen Key rausgehauen, auch für dich, nachdem du gefragt hast. Asta. Hast du das nicht gesehen? Gag ist eine Erwartung fürs... ...morgige Rennen. Ich habe nicht einmal das Qualifying noch gesehen, du. Ich wollte mir das nach dem Stream anschauen, das Qualifying. Und dann kann ich dir... ...die Erwartung sagen, hier, Xilaka. Hey Maggie, wenn du Daisy gekauft hast, was denkst du, dass du sie für benutzen würdest? Nicht das. Das ist, was ich begonnen habe. Natürlich, du hattest gefragt, ich habe kein Key und dann hat Desvi und Key rausgehauen. Dachte ich klar, dass es für dich ist. Zum Beispiel. Das ging doch Hand in Hand irgendwie. Also, eins führte zum anderen. Also jetzt, da sogar zwei Keys hintereinander. Danke, Desvi und One. Kette, Wurst, Pauli. Gags, wo hast du der Key gemacht? Habe ich krass gekauft hier. Da, hier, Desvi hat welcher Raum rausgehauen? Eingeben. Schnell eingeben da, bei Steam. Siehste. Wenn man Desvi braucht, dann ist er zur Stelle. Voll geil, danke dir. Ich habe mich nicht tausendmal angemeldet. Also, pro Anmeldung hat man fünf Keys bekommen. Einmal direkt, einmal noch viermal zum Vergeben. Aber wenn man sich zehnmal anmeldet, bekommt man 50 Keys. Also, ich habe mich jetzt nicht zehnmal angemeldet. Hätte ich auch machen können, aber... Wäre ja auch komisch. Wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt einen Duplo und Kinderriegel nehmen. Ah, shit. Warte mal kurz. Äh. Ich poste jetzt nochmal, was du geschrieben hast hier. Warte mal kurz. Äh. Ja, ohne Momento. Ich muss hier noch meine... Meine zweite Tastatur holen. Einmal. Und zweimal. Bitteschön. Das ist das, was Desvi geschrieben hat. Ich muss hier wieder was zurückklicken hier. Gott sei Dank. Ja, schau es da halt. Einer wird schon gehen hier. Ne, ich habe nur eine. Ich habe nur eine Voltway. Und solange ich keine... Ah, jetzt habe ich nicht hingeschaut hier. Ach, Mann. Naja, gut, egal. So, das wird empfehlen. Ich... Ich habe lieber die Kies nochmal kopiert. Siehste. Irgendwas wird schon gehen hier. Ich bin nicht deiner Meinung, Jens. Aber nicht wegen... Wir werden immer dasselbe machen. Das wird schon... Es sind auch vier, klar. Es wird schon bestimmt in der Feuerwehrsinn anders sein, aber... Allein dieses dumme Hinterherlaufen ist schon nervig. Okay, wo ist Pauli? Da wurden doch eben vier Kies gepostet. Na ja, wo muss man ja hier... Muss man ja schon sehen hier. Genau, da wo kein Binnenstrich ist, da ist dann... Ich werde das Spielunterladen mich ablösen. Nein, du musst jetzt ewig spielen. Du bist verdammt mit mir mit mir ewig zu spielen hier. Uh, manchmal... Gags, mach doch eine Runde PvP in mir. Wie habe ich heute gemacht? Offstream, ja? Einfach Skirmish 2 gegen 2 habe ich gemacht. Mit einem... Mit einem... Mit einem... Vielen Dank.